Eine Bio-Jackfruit-Natur, 1 Spritzer, eine Bio-Zitronensaft, 2 Esslöffel Knoblauchöl, eine Knoblauchzehe gepresst, 1 Gestach, TL-Paprika, Rosenscharf, je 1,5 Teelöffel Chiliflocken, Pfeffersalz, 50 Gramm Eisbergsalat, eine Tomate, eine Avocado, eine Zwiebel, 2 Vollkornbrötchen, Barbecue-Soße, all die Jackfruit-Stückchen, ein paar Spritzen, Zitronensaft, beträufeln und für eine Stunde in einer Marinade aus Knoblauchöl, Knoblauch, Paprika, Chiliflocken, Pfeffer und Satz einlegen und anschließend für 2 Minuten, bei mittlerer Hitze in der Pfanne anbraten, danach die Stücke fein zerteilen, 21 während des Bratens den Eisbergsalat waschen, Tomate, Avocado und Zwiebel in dünne Scheiben schneiden, Vollkornbrötchen halbieren und kurz in der Pfanne oder im Toaster rösten, 31 die Brötchenhälften mit allen Zutaten belegen und mit etwas Barbecue-Soße würzen